Folge 62 und heute geht es um die Frage, nützt du deine Kreativität richtig? Ach, ich liebe einfach Podcasts. Du brauchst kein Ringlicht einzuschalten, du kannst frisiert oder nicht frisiert hier reden, also das ist schon eine feine Sache. Und bevor ich ins Thema reingehe, ich habe gestern ein neues Online-Programm oder Online-Tool gekauft, zum Thema Podcasts, zum mehr Statistiken sehen, einzelne Folgen besser zu präsentieren und so weiter. Das ist aber eher intern, extern wirst du jetzt nicht viel merken, aber was ich gesehen habe, ich habe zwei Kommentare gesehen, die ich auf Apple Podcasts gar nicht gesehen habe und die jetzt aber gefunden habe, dank dem neuen Programm. Und da hat zum Beispiel Risto Franchipani geschrieben, cooles Format, aber am Ton des Mikrofons solltest du dringend arbeiten, das ist echt anstrengend beim Zuhören. Und danke für den Input, das ist jetzt schon vier Monate her, habe ich jetzt gesehen, ich hoffe, es ist jetzt viel besser, als ich habe am Anfang auch, wenn ich jetzt die Folgen höre von früher, muss ich sagen, echt, puh, also ein großes Dankeschön, wenn du mir schon länger zuhörst. Ist, glaube ich, doch anstrengender gewesen früher, ich hoffe, jetzt passt es, auch von der Lautstärke von allem. Trotzdem vielen, vielen Dank, Risto Franchipani, für die fünf Sterne und sehr gefreut hat mich auch der Kommentar, auch die fünf Sterne von Foto Mombi, von Daniel. Und er hat geschrieben, seit gut fünf Jahren spiele ich mit den Gedanken, mich mit der Fotografie nebenher selbstständig zu machen. Bisher war es aber immer eine unverbindliche Träumerei. Seit einem halben Jahr höre ich nun diesen Podcast. Deine Folgen haben mich nun letztlich dazu bewogen, meinen Traum in die Tat umzusetzen. Danke, lieber Peter, dass du auf eine extrem freundliche und authentische Art dein Wissen mit uns teilst. Den ersten Online-Workshop habe ich ebenfalls bereits gebucht. Kleiner Kritikpunkt, passt auch bitte die Lautstärke deines Intros und Outros noch an die Lautstärke deiner Beiträge an. Mir haut es fast immer die Lautsprache aus der Autotür, wenn Intro und Outro kommt. Liebe Grüße aus Deutschland, Daniel. Also Daniel, vielen Dank für den Input. Ich habe ihn auch erst gestern gesehen, also habe mich mega, mega gefreut. Und als du das mit der Autotür geschrieben hast, ist mir gerade eingefallen, früher als ich, also mein erstes Auto, also mein zweites Auto, mein erstes waren so Zucki Swift, habe ich von meiner Mutter einen alten bekommen. Und dann mein eigenes Auto war ein Toyota Corolla in Roten. Und ich war früher, also ich liebe jetzt noch Musik, aber früher war ich echt freaky, freaky Musiktyp. Und ich hatte eine riesengroße Bezuckerbox, also einen riesengroßen Lautsprecher mit Glasfront im Kofferraum. Das heißt, ich hatte im Kofferraum keinen Platz für was anderes, aber mein bester Freund hat immer gesagt, er hat mich ungefähr schon 500 Meter, bevor ich bei ihm war, hat er mich schon gehört. Also von dem her, die Nummertafel hat es gecheppert, also von dem her, ja, das mit der Autotüre habe ich Verständnis. Ich habe jetzt mein Intro und Outro auch heute nochmal reduziert und angepasst, weil ich es eben erst gestern gesehen habe. Ich hoffe, jetzt hält die Autotür und es ist für euch angenehm zu mithören, weil ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wenn du einen Podcast hast, wo nicht schön ist zu hören. Also für die Stimme kann ich nichts, aber ich sage jetzt, qualitativ sollte es schon passen. Und da brauchte ich auch ein bisschen meine Zeit und wusste auch nicht genau, welchen Abstand, wie und so weiter. Aber jetzt funktioniert es ja. Und ja, was ich merke bei mir jetzt, dass ich wirklich viel freier bin jetzt seit diesem Jahr, seitdem ich entschieden habe, wirklich nur noch zwei, beziehungsweise demnächst drei Kurse anzubieten. Also gibt mir viel mehr Freiheiten. Ich brauche nicht irgendwie zehn verschiedene Funnels und keine Ahnung was alles. Also macht Spaß und so habe ich auch mehr Zeit für die Fotografie Academy, wo ich jetzt gerade diese Woche wieder ein Video reingegeben habe mit einem Klick, wie man ganze Reduschen machen kann in Lightroom und so weiter. Das ist wirklich cool. Jetzt was mich mega freuen würde, weil jetzt sehe ich wirklich auch die Bewertungen in die Kommentare. Also wenn du Freude hast mit dem Podcast, würde mich wirklich, wirklich, wirklich extrem freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, zehn Sekunden, zwanzig Sekunden, einfach fünf Sterne hinterlassen, sofern du mir fünf Sterne geben möchtest. Und einen kleinen Kommentar würde mich als extrem, also wirklich von Herzen extrem freuen und motivieren. Und das, ja, wäre schön von dem her. Jetzt kommen wir zum Thema, nützt du dir deine Kreativität richtig? Und Fotografie hat ja viel mit Kreativität zu tun, Fotografie hat viel mit Freiheit zu tun und Fotografie ist auch so, dass es nicht jedem gefallen muss und das Wichtige ist, dass du Spaß hast, Wichtig ist, dass es dir gefällt oder, wenn du es beruflich machst, deinem Kunden gefällt. Ich glaube, das ist auch wichtig, die Wertung zu machen. Wenn es du für dich machst, muss es dir gefallen. Wenn es du für einen Kunden machst, muss es nicht dir gefallen. Du musst einfach sagen, ich habe das Beste gegeben, die beste Qualität, aber der Kunde muss glücklich sein. Und das Schwierige finde ich jetzt, ich weiß nicht, wie es du hast, aber das Schwierige finde ich, auf Knopfdruck dementsprechend kreativ zu sein. Meistens hast du dann so ein cooles Model oder das Model steht dann vor dir und du denkst, ah cool, die kann sich gut bewegen oder die hat eine schöne Haut oder was auch immer. Und dann probierst du innerlich mit Druck irgendwie noch kreativ, noch irgendwie ein Tuch hergeben oder irgendeinen speziellen Hintergrund oder mit einem Spiegel was, aber einfach so auf die Schnelle. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kreativität vielmal dann kommt, wenn man nicht damit rechnet und vielmal dann kommt, wenn man keinen Model hat und nicht fotografiert. Und deshalb ist auch meine Frage, nützt du deine Kreativität richtig? Weil du wirst sicher vielmal den Fall haben, dass du, ich sage jetzt im Auto sitzt, einen Podcast hörst, wie jetzt gerade oder wo du auch immer sitzt oder du fährst im Zug und siehst ein Plakat oder du liest eine Zeitung, du redest mit Freunden. Du hast schon ganz viele Punkte, wo du eigentlich irgendetwas Neues siehst, etwas Neues hörst, etwas Neues von mir erst riechst und dann vielleicht eine coole Idee hast. Du hast vielleicht ein Rosenparfum gerochen und jetzt stellst du dir ein Model vor, wo im Rosenbeet, nein, du weißt, was ich meine. Einfach, man hat vielmal, hat man eine coole Idee, sieht ein cooles Bild, sieht bei einer Ausstellung ein tolles Bild, wo etwas passiert, wo Emotionen sichtbar sind, wo es einfach, stellt dir die Haut auf, wenn du das Bild siehst, weil du spürst irgendetwas. Oder du findest, das Styling ist super schön. Oder die Position, der Winkel und so weiter. Und vielmal ist es so, man findet es cool und sagt, das könnte ich auch mal machen. Eine halbe Stunde später ist das Thema schon wieder vergessen. Und hier möchte ich dich motivieren und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, mir ist wichtig, dass du dran bleibst, mir ist wichtig, dass du Spaß hast, mir ist wichtig, dass du coole Bilder machst. Und versuch dir irgendwie für dich eine Möglichkeit zu finden, wie kannst du deine Kreativität bündeln und auch dementsprechend speichern für dich. Das heißt, wenn ich auf Instagram bin und ich sehe eine coole Idee, dann habe ich verschiedene Instagram-Ordner, habe ich dir vielleicht, oder habe ich dir schon gesagt auf diesem Kanal oder per Mail auch. Du kannst zum Beispiel, wenn du unter einem Bild hast, du hast die Fahne und wenn du länger drauf drückst auf der Fahne, kannst du Unterordner machen auf Instagram. Das heißt, ich habe einen Unterordner, der heißt Lichtsettings, eins ist Models, eins ist Make-up, eins ist Kleider, eins ist Location und so weiter. Das heißt, du kannst, wenn du Bilder siehst auf Instagram, nicht einfach denken, ja, war cool und super, sondern speichern dir die wichtigsten, die tollsten Bilder ab, damit, wenn du dann ein Model hast, wenn du eine Location hast und keine Idee und keine coole Kreativität stundigert hast, kannst du darauf zurückgreifen. Mach dir Notizen, also ich habe zum Beispiel am Handy, am Computer Evernote, immer wenn ich eine Idee habe, wenn ich denke, das könnte ich mal machen oder die Location und ich fahre irgendwo oder ich fahre an den Rand her, schreibe man das schnell ins Evernote rein, ich habe es auch schon probiert mit Siri, aber das funktioniert irgendwie nicht so und mache mir also immer auf Evernote meine Notizen. Früher hatte ich einen Notizblock überall dabei, habe mir da Skizzen reingemacht, Notizen reingemacht, versuche jetzt aber so viel wie möglich weggehen vom Papier und mehr auf digital zu gehen. Und das ist eigentlich der Sinn dieser Folge, dass du wirklich, wenn du Ideen hast, wenn du Ideen siehst, also ich mache auch viel, wenn ich in einem Buch was sehe und denke, das wäre jetzt mal cool, mache ich mir ein Foto und habe einen Unterordner auf meinem Handy, wo zum Beispiel kreative Ideen oder, ja, kreative Ideen, schön sprechen, Peter, heißt der Ordner. Und da gebe ich die Bilder dementsprechend auch wieder rein. Also das heißt, wenn ich ein tolles Model habe, wenn ich ein Kreativitätsloch habe, wenn ich keine Ideen habe für was Neues, dann gehe ich in die Ordner rein und dementsprechend dort finde ich dann wieder Ideen und kann die dementsprechend umsetzen. Und was auch vielmehr ist, man nimmt meistens den kürzesten Weg und darum finden wir auch Fotografen, die coole Bilder machen, die hochwertige Fotoshootings machen, die aufwendige Fotoshootings machen, immer cool. Und wichtig ist vielleicht auch zu sagen, wenn du eine Idee hast, versuch nicht immer den kürzesten Weg, sondern versuch den besten Weg zu gehen. Weil klar, es ist super, wenn du ein Model hast und du hast eine Idee, 50er Jahre und sie sagt, du, ich habe ein blaues Kleid mit Pünktchen oder ein rotes Kleid und Handschuhe und du sagst, gut, erledigt, machen wir das Thema und du machst dir vielleicht nicht die Mühe, einen speziellen Hut zu dem Thema zu organisieren, vielleicht noch eine Vespa oder sonst irgendein cooles Moped oder was auch immer, dann ist das Bild okay, aber es ist nicht so der Wow-Effekt. Darum, wenn du Kreativität suchst, speichere die dir ab, hole sie, wenn du sie brauchst und mache nicht den einfachsten Weg oder gehe nicht den einfachsten Weg, sondern sage, okay, wenn ich mir schon Zeit nehme, dann plane ich das richtig und ich organisiere wirklich alles drumherum, was dazugehört. Wenn wir jetzt zum Beispiel 50er Jahre bleiben, dass du mal googelst, okay, was für Frisuren waren dort innen, wie war das Styling, dass du das vielleicht mit einer Make-up-Bartisten zusammen machst, dass du vielleicht schaust, wie haben die Bilder früher ausgeschaut, waren sie eher schwarz-weiß, waren sie farbig, was für einen Style hatten sie. Das heißt einfach, dass du kreativ bist, mit 100%, mit deiner vollen Power und dann wirst du sehen, das macht einfach viel mehr Spaß. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß beim Fotografieren, bleib dran, wir hören uns nächste Woche wieder, schön, dass du dabei warst und ich hoffe, du kriegst mein Newsletter schon, sonst trage dich unbedingt noch ein auf meine Liste. Ich wünsche dir Tschüss und Tschau und danke fürs Bewerten. Tschüss!